Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beam and Cheat Drive. Wir fahren in einen süßen kleinen Wagen und da vorne kommt wohl ein LKW entgegen. Wir sollen einen Weg versuchen zu finden, um dem LKW zu entkommen. Also, ich weiß nicht. Ich gebe jetzt einfach mal Gas. Ich gebe Gas, ich gebe Gas, denn ich will einfach nur Spaß. Ich gebe Gas, da wäre eine Möglichkeit zu entkommen. Boom! Okay. Also, das ist wohl keine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich habe gesehen, man kann auch links weg. Das war sehr spät, aber die Möglichkeit besteht, wohl links wegzugehen. Das probieren wir jetzt aus. Wir versuchen jetzt mal links wegzukommen. Und er ist aber schon sehr schnell. Oh, ich glaube, da geht es doch nicht irgendwo links weg. Boom! Okay. Okay, also rechts ist eine Parkbucht. Dann parken wir da einfach. Was ist denn eigentlich hinter uns? Achso. Auch keine Option. Schön langsam. Hey, wo will denn da hin? Bremst der dann eigentlich, oder? Was hat er jetzt denn gemacht? Hat er gebremst, oder? Ich will mal nachgucken. Also, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, dann bremst der oder was? Das probieren wir jetzt aus. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. also verstand dass er also es sah so aus als würde er bremsen oder und es ist aber schon sehr schnell ich gehe mal ein paar meter zurück brems sehr gut so jetzt gehen wir auf seite okay das wird nichts okay also auf jeden fall die park bucht das ist auch eigentlich egal wie schnell man anfangen ist hauptsache man kommt da irgendwie vernünftig rein möglichst ohne beschädigungen ist ja eigentlich jetzt kein hexenwerk schwierigkeitsgrad stand schwer das letzte szenario war auch schwer und das war schwer das hier ist nicht schwer das ist eigentlich ganz nett so wir haben 37 sekunden gebraucht ich weiß nicht probieren wir das noch mal aus 37 sekunden das kann ich vielleicht toppen ich müsste ein bisschen weiter vorne stehen bleiben damit ich gleich wieder weiterfahren kann ohne rückwärts fahren so dass du gar nicht mehr so schlecht das sind bestimmt zwei sekunden wenn ich sogar mehr 30 31 32 33 34 35 32 sekunden das habe ich gesagt cool ja das war's eigentlich auch schon heute eine kurze folge macht aber nix auch mal schön oder ja vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten szenario tschüssi